Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 2 Skowdorf of the First 10 Edition. Wir haben letzte Folge den Streitwagenfahrer besiegt und reden jetzt erstmal mit dem kleinen Kerlchen hier. Okay, er sagt uns, dass dieser Ort keinen Spaß für uns bietet. Ich glaube, das ist sozusagen das Gegenstück zur blauen Kathedrale. Ich bin mir nicht sicher, da wo man auch PvP machen kann, bloß für Leute, die Sünder sind, also Leute, die anderen Spieler überfallen. Ich glaube, man muss dafür andere Leute invasieren und dann halt sündig werden, dann kann man hier beitreten. Ich glaube, das ist so ungefähr, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben, wo denn der Gottverdammte Hebel ist. Was ich sehr gut finde, weil ich hätte ihn, glaube ich, nicht alleine gefunden. Ich hätte es uns halt nachgeguckt, aber so war es auch ganz gut. Wir haben außerdem 56.000 Seelen, deswegen laufe ich hier noch einmal rum, sammle alles ein. Und dann gehen wir zurück erstmal nach Majula. Was mir auch nochmal aufgefallen ist, meine Nasejunk-Turings schon wieder. Wir werden nochmal unsere Glocke hier aufwerten. Und dann gehen wir weiter und zwar halt über die Brücke. Das wird ein lustiges Gebiet, das habe ich noch ungefähr in Erinnerung. Ich weiß, dass es spooky wird, so viel schon mal dazu. Und ich habe mich schlau gemacht, wie wir in die DLC-Areale kommen. Quasi der Part, wo es für mich dann wieder blind wird. Ich habe auch schon ungefähr einen Plan, wie wir das Ganze abarbeiten werden. Oder das heißt abarbeiten, wie ich das Ganze lösen werde, damit es möglichst flüssig ist. Wir werden jetzt sozusagen hier diesen Weg erstmal weitergehen, bis es nicht mehr weitergeht. Dann werden wir als erstes das Crown of the Sunken King machen. Da weiß ich auch schon, wo ich den Schlüssel herbekomme. Und zwar aus der Pit. Außerdem bekommen wir da dann noch was ganz Cooles, was ich aber noch nicht verraten möchte. Aber wir kommen uns jetzt erstmal hier rum. Upgrade. Gegen es dann kaufen. Hast du noch Shards? Ja, du hast sogar noch Shards, aber nicht genug. Oder? Doch, hast du. So, was sich nämlich dadurch erhöht sind unsere Bonis. Und ich glaube auch unser Casting-Speed. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden euch auch unsere Zauberstärke. Eine Scherbe hatten wir nicht mehr, aber wir hatten glaube ich Bone Dust. Die müssen wir gleich noch verbrennen. Wir wollen mehr Faith. Wobei, wir machen... Machen wir wieder noch ein bisschen Ein- und Anpassungen. Und dann machen wir nochmal einen in... In Faith. Because we can. Haben wir noch eine Seele? Weil dann kann ich die restlichen Seelen auch noch... Oder wie viel brauchen wir zum Aufsteigen? Wir brauchen... Ach, wir können sogar noch einen aufsteigen. Na dann? Dann machen wir das doch. Äh, was nehmen wir denn mal? Könnten mal wieder einen auf Zauber setzen. Wir haben auch noch einen auf Zaubererei. Weil wenn wir was auf Zaubererei setzen, steigt unsere Zaubergeschwindigkeit und wir bekommen hinterher mehr Slots. Die ich hinterher gerne halte. Weil unsere Wunder mittlerweile, glaube ich, ganz ordentlich Schaden machen. Äh, so. Wir gehen jetzt nochmal... Wo haben wir es denn? Ein Jägerhain. Genau hierhin. Es ist late. So, dann laufen wir nochmal den schönen Weg hier. Und ich weiß jetzt auch, wie wir da hinkommen. Ich kenne ihn mittlerweile auswendig. Zack. Die Gift-Schmetterlinge ignoriere ich getrost. Warum überlebt der das? Ich liebe unser Schwert. Es schlägt schnell zu. Es ist stark. Ich finde das super. So. Die Gift-Schmetterlinge ignorieren wir. Da renne ich einfach durch. Zack, 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 zack. Hier ist wieder Speedy Gonzales. Speedy, Speedy hier. So. Jetzt meinte jemand, hier wäre... Der Schalter drin. Aber wie komme ich hier rein? Da ist der Schalter. Habe ich da hoch? Ach hier. Da oben steht jemand drauf. Habe ich gerade eben gesehen. Ich war hier scheinbar auch schon mal drin. Warum habe ich den Schalter nicht betätigt? Komm, ich bin runter. Egal. Jetzt betätigen wir ihn. Jetzt kommt er runter. Und ist mit einem Schlag tot. Oh Gott. Wo kommen die Hunde her? Hauptsache hier bricht die Hölle los, weil ich so einen Schalter umlege. What the fuck? Wurfmesser. Zack. Köbel geht beiseite. So. Jetzt ist die Brücke unten. Oh, ein Flammenschmetterling. Und ich habe vergessen, den Knochen-Dust zu verbrennen. Knochen-Dust. Bone-Dust. Wir haben 33 Menschlichkeit. Das ist ganz schön. Oder haben wir überhaupt? Ja, wir haben sogar zwei. Die könnte ich mal verbrennen gehen. Aber später. So. Ich meine jetzt war so. Könnte ich jetzt rechts lang gehen oder links. Und hier ist noch verschlossen. Da ist nämlich ein Leuchtfeuer. Wie komme ich da ran? Hm. Habe ich eigentlich Musik an? Eigentlich schon. Komisch. So. Ich meine nämlich, es war jetzt so. Okay. Untote. I don't like. Let's light up the torch. Ach, ich kann ja nicht blocken. Oh Gott. Die Frage ist, kommt der wieder? Ich hoffe nicht. Doch, er kommt wieder. Tage. Das Gute ist, wir können ihn mit einem Schlag umhauen. Streitkolben-Magie. So, hier sind wieder die finsternes Pöttchen, die wir einfach fluchen. Alliob. Weiche. Und tschüss. Und tschüss. Ich will eigentlich nur den Opa finden. Da ist er. Er macht nichtmals Schaden. So. Jetzt müssten die Skeletter eigentlich auch tot bleiben. Eigentlich. Holzpfeil. Ich finde das schön, wie Agile die Skelette hier sind. Irgendwie finde ich das cool. So. Pöttchen kaputt machen. Wo ging es hier lang? Ach ja, genau. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Gun Diver. I know this place. Ich war hier bevor. Das ist übrigens auch sehr nett, hier so einfach so einen Abgrund geradeaus zu machen. Aber wir haben ja zwei Stunden und 27 noch eine Fackel. Also, das ist ganz gut. Können wir das anzünden? Entzünden. Genau, hier kommen wir nur von der anderen Seite ran. Ich suche halt gerade den Schlüssel für dieses Leuchtfeuer. Wo ist der? Ich finde es auch schön, wie die alle gerade hier liegen. Was zur Hölle? Ich habe das Gefühl, das soll nicht so sein. I found a bug. Wer liked it? So. Hier lang? Hier sind auf jeden Fall Gegner. Zack. Also egal, wer am Anfang auch die Befürchtung hatte, dass wir später keinen Schaden machen. Wir machen Schaden. Und wie wir Schaden machen. Ich war ja schon mal mit dem Run und da hatte ich hier nur ein Bastard, also ein Bastardschwert, was zwar auch glaube ich relativ gut verbessert war, aber da habe ich fast zwei Schläge jedes Mal gebraucht für die. Ich weiß nicht, ob es an Blitzschaden liegt oder... Ich habe keine Ahnung, wir machen einfach unglaublich viel Schaden. Schlüssel voraus. Das klingt gut. Klingt sogar sehr gut. Finstergeist voraus. Das klingt weniger gut. Och nö, ein Magier. Oder ist das ein Magier? Ja, das wäre eine Sense. Das klingt doch, als könnten wir jetzt zum Beispiel... Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Das klingt doch, als könnten wir jetzt zum Leuchtfeuer. Hoffe ich. Aber wir haben wiss, wie nicht Ausdauer kann das sein. Oder kommt mir das nur so vor. Aber ich will halt auch nicht mehr reinsetzen, weil jetzt... Das war irgendwie am Anfang so, man kriegt immer zwei Ausdauerpunkte mehr und jetzt wieder noch einen und das lohnt sich halt irgendwie nicht mehr. So in etwa hatte ich das noch mal gelesen. Ah, genau. Jetzt können wir hier durch. Perfekt! Wer sitzt denn hier? Wir gehen jetzt mal ins Leuchtfeuer. Ich setze mich bewusst nicht ran, damit die Gegner nicht respawnen. Ich glaube, der ist wütend. Und auf jeden Fall zwei sehr dünne Freunde. Er hat uns ja auch schon mal in eine Falle gelockt. Ganz am Anfang, weil er sich noch erinnert. Ich glaube, Part 2 war das. Noch irgendwas? Ja, Geste. Okay, dann können wir von denen nicht mehr werden. Gut, dann haben wir jetzt hier ein Leuchtfeuer. Dann können wir ein bisschen riskanter spielen. So, hier waren wir ja. Jetzt können wir erstmal geradeaus weiterlatschen. doof. Dukidu. Da oben waren wir bereits. Hier rechts kamen wir raus. Wie sterben Leute denn hier? Oh, wäre gut, wenn er mit einer Peitsche kämpft, selbst schuld. Zack und zack. Au. Zack. Schließ und schließ. Flammenschmetterling, das ist nett. So. Ich denke mal, wer schießt auf uns? Au. Wer schießt auf uns? Au. Ach, der Hanse. Oh Gott. Gut, dann hole ich mal kurz den Bogen raus. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Das ist das Schöne, die zwei haben so eine große Hitbox, dass sie an Ecken knallen, die ich dran vorbeischießen kann. Jetzt muss ich noch wissen, was der Typ steht. Gott, spammt der. Wo ist der denn? Da habe ich ihn schon erschossen. Der bewegt sich doch was. Warum treffe ich mich? Hä? Ist er tot? Da ist doch was. Oder? Ach, er hat auch den Vorteil von der Kante. Ah, geht doch. Und in die linke Brust. Erstmal heilen. Was sagt der hier? Boss voraus. Besucht Verbündeter. Guck, guck. Da ist Nebel. Da komme ich nicht durch. Da nicht. Hier war das mit den Untoten. Ich bin nicht irre. Waren wir hier nicht schon? Weil die Nekromanten von denen haben wir ja schon getötet. Ich meine nicht. Das war ja der, der draußen stand. Das eigentlich dürfte uns hier nicht irgendwas tun. Eigentlich. Was haben die denn dabei? Menschenbilder, warum haben die alle Menschenbilder dabei? Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, fast 36. Verbrennung und Titaninscherbe. Nice. Will ich da rüberspringen? Eigentlich ja. Au. Du machst keinen Schaden. Stopp. Geht doch. So. Hier müssen wir jetzt genau... Traitender Wanderer können wir ja beirufen. Ich glaube, das möchte ich sogar. Ich hole mir den mal. Just because I can. Das würde ich jetzt ein NPC, also das ist kein anderer Spieler. Das ist jetzt der Typ, den wir gerade eben befreit haben. Kann ich da jetzt rüber? Natürlich kann ich da jetzt. Prisma-Stein-Blütungsfall-Menschenbild. Ich frage, ob sich das gelohnt hat. Nein! Schade. Aber wir können jetzt die Abkürzung durch die Skeletthöhle nehmen. Was gut ist. Weil die sind deutlich weniger nervig, als außenrum zu gehen. Snacken wir doch mal ein Menschen-Build. Und dann holen wir ihmchen hier gleich wieder zur Hilfe. Der jetzt nicht mehr da ist. Fakten habe ich dann hier auch schon entzündet. Das heißt, es müsste schön hell sein. Hallo Skelett. Hallo. Hallo. Ist einfach so. Bup. Du bist tot. Zack. Zack. Werde gereinigt durch das heilige Licht. Du auch. Und du auch. Schade, ich dachte, der fällt runter. So, und dann holen wir uns wieder an. Oh. Oh. Oh, wir one-hitten das Ding. Schön. Titanich habe ich großartig. Titanich. Das hat sich gelohnt. So. Jetzt müssen wir aber nicht wieder rüberspringen. Das heißt, wir können nicht wieder doof sterben. Ich weiß nicht, mein größter Feind. Oh, der hat eine Krone. Größter Feind sind nach wie vor Abgründe. I don't like. Schützen wir mal. Crayton, unseren Buddy. Zack. Gut, dann gehen wir mal durch den, herauf. Befolgen mal die Anweisung von der Nachricht. Und zwar sucht euch Verbündeten, da war immer der Stand. Kann ich sagen, gehen wir zum Botsfight. Grippelfürsten. Hier geht, hier geht. Ihr brennt. Ihr seid ekelig. Aber ihr haltet nichts aus und macht keinen Schaden. Okay. Okay. Wo ist dieser Bosskampf jetzt schwer? Irgendwie ist das lächerlich. So. Jetzt sind sie tot. Und jetzt? Sind hier Skelette. Hä? Was ist das denn für ein Bossfight? Okay, diese Skelettreder sind nervig. Wartet mal. Hier sind viele Skelette. Machen wir den hier. Ich bin vernext. Der hat das nicht gut. Buh. Greatentank, die mal. Hopp, hopp. Irgendwie machen die keinen Schaden. Warum nicht? Irgendwie war das jetzt der Bossfight? Ich meine, ich muss jetzt noch die Skeletthaut hier besiegen. Aber war es das dann? So ein bisschen, weiß ich nicht. Lächerlich? What the fuck? Dark Souls, please. Die fallen wie die Skelette. Na, wie die fliegen. Zack. Zack. Und tschüss. Und tschüss. War es das? Lol. Die Rippe-Fürstenseele. Jaha. So. Wo können wir jetzt lang? Oder gibt es hier noch Loot? Scheinbar nicht. Gut. Gucken wir, was hier noch ist. Ah. Ah. Hier kommen wir jetzt raus. Okay. Und hier irgendwo versteckte Wände. Wo sind wir denn jetzt? Gelobt sei die Sonne und dann Hebel. Tolle Aussicht. Ja. Lauf halt runter, du Genius. Was haben die eigentlich mit dem Brücken hier? Wie haben die alle im Brücken-Fetisch? Tolle Aussicht. Ja. Da gebe ich recht. Hinüber. Ah. Jaha. Wo kommen wir bloß raus? Okay. An einer Leiter, die ich nicht benutzen werde. Hier liegen Skelete. Erne Tal. Da ist ein Leuchtfeuer. Mmh. Gift. Mmh. Oh. Das ist nice gemacht jetzt. Das ist neu. Das ist cool gemacht. Das gab es in der Euro-Version nicht. Meine ich. Hm. Grün. Okay. Ich würde sagen. Äh. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann erkunden wir hier das Erntetal ein bisschen. Ich werde gerade ein bisschen vergiftet. Ach. Solange wie das grüne Zeug dran ist, werde ich vergiftet, oder? Mmh. Okay. Also gönnt euch ein Abo. Dann lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.